Musik Wir haben unter Beteiligung Deutschlands und der vulnerablen Staaten einen Vorschlag erarbeitet für die Einrichtung eines neuen Fonds für Klimaschäden. Das ist der erste greifbare Erfolg dieser Klimakonferenz. To support indigenous communities, the resilience that we have, is the best key that we can do right now. We find that the time of the good promises is over. We know also that scientifically, politically, even financially and economically that fossil fuel phase out is possible. It's not only needed, it's possible. The science is clear. We're running out of carbon budgets. We're running out of time. The science of climate change has been clear for decades. We need to stop banning fossil fuels. No matter where we stand on other crises, we must be united in facing. In diesem Jahrtausend muss ein Point of No Return to the Fossil World werden. Wir brauchen den Hochlauf der Erneuerbaren parallel mit Energieeffizienz. Das sind die beiden Säulen, die es letztendlich ermöglichen. Wir brauchen vor allen Dingen den Ausstieg aus den fossilen Energien. Und eben nicht den Ausstieg aus fossilen Emissionen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wir müssen den globalen Wasserkreislauf stabilisieren. Wir müssen den Zustand unserer Ozeane stabilisieren. Und wir müssen unsere Ökosysteme stabilisieren. Wir brauchen die Ökosysteme stabilisieren. Vielen Dank.